Was? Komm her. Ich hab jetzt 5 Meter weg. Du Marderfucker. Geweil, da bist du immer der Vierde. Ja, da. Das ist eine gescheite Leipzig. Das Problem war, dass ich nicht alle beschriftet habe, Andi. Das war das Problem. Das war 3.000 Meter ausgedruckt. 2.000 Meter beschriften, das passt jetzt ewig. Wie passt das jetzt? Den hat einer schon genutzt. Der ist auch neu. Entschuldigung, weil er ja. Soll ich das Läufer? Das ist heute ist der. Obwäuft. Fast war der noch Hunger. Wie ein richtiger Peter, aber da geht's schnell auf. Da haben wir nichts vergessen. Macht das gescheit. Du Bär, da geht's auf. Wir haben eine Brücke dran vergessen. Wo ist denn dein Brüll? Der hat die Brünn aufsetzen. Ja, und jetzt ist die Fälle im Saugnick. Das musst du ihm sagen, aber jetzt sucht er die Brünn. Das ist ein Schultzbrünn. Schultzbrünn. Ja, eben deswegen. Ja. Sicherheit geht vor. Was hast du denn schon gesehen? Was? Den Schneider. Stefan Rossecker. Stefan. Ja, wenn ich jetzt schon bald merke ich, ob er es wäre. Sicherheit. Grüße, ich bin der Stefan. Mein Meister Klingkoller kommt mit der Coca Cola, wo der Bub reinbrinkt bin halt. Ja. 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 Ja, das ist schwarze Sicht. Schlecht, was Stefan ist. Da brauche ich schon Brünn. Da brauche ich schon. Zwei. Also du hast zugezogen. Da ist ja ein Pickel auch noch drin. Die muss sich aus, wenn ich gewisse, ob sie jetzt leck. Philipp war schon lange für dich. Ja, der kann das so schnell. Ja, Philipp. Ich habe ihn letztens gefilmt und habe gesagt, auch wenn er außer Geld schwierig ist. Das hat er mir ja gleich geschrieben. Ist er jetzt schon wieder reingebeid? Ah. Ist er schon wieder reingebeid? Nein, der hat noch nichts gebraucht. Morgen für den ersten Tag. Der Philipp kommt wieder. Morgen oder was? Ja, in Schönenkirchen, ja. Ich habe ihn schon wieder reingebeid. Wo ist der Philipp? Denkst du schon an der Paste? Ja, das ist schon wieder reingebeid. Ich habe gesagt, er kommt nicht mehr zu uns. Wenige Rinden mehr arbeiten, komm. Er packt sich mein Geld aus und kommt nicht wieder zu uns, hat er gesagt. Genau, einmal Prost. Das ist der Häggische. Prost noch ein Schlafen. Interpepper. Der Willi kann sein, lass ihn nicht wieder machen. Das ist schon los, ja. Irgendwo ist er ein Schlafen. Ja, das ist er, gell? Da ist der Korn drin. Den müsst ihr wegschlafen, oder? Nimm sie ihn lieber wieder weg. Also, was er denn jetzt zeigt. Ja, ihn ist hin, das ist schon wurscht. Auch der Holli hat er noch drei. Ist wurscht. Ach, man darf sich was schlafen. Wollt ja nichts. Tja. Das war aber nicht gef... nicht gef... So, wo ist der Gerrit zu bringen, die Maschine? Das war uns jetzt eine kleine Zeit. Ich glaube, er war unabhängig. Schau. Schau. Da haben wir jetzt gleich die Mauer gekauft. Ja, da haben wir jetzt gleich die Mauer gekauft. Ja, da haben sie, was runtergefahren ist, haben sie ein neues Gehäuse runtergeschrafen, das ist mir noch nicht gegangen. Hast du gleich genommen, beim Anfieber in den Dottier aufgetest? Nein, ich habe zu schnell umgebaut. Aber ich habe es gleich genommen, ich habe es gleich wieder am Teig gekauft. Schau. Das ist genau da eingehängt, dass das nicht weint. Ich glaube, stehen. Da ist er eingehängt. Ja. Ja, Hans. So. Dann haben wir sie da eingehängt. Jetzt gehst du einmal zurück, bläst du es aus. Ja. Wieso? Du willst einen Bremsenreiniger. Sauer ist mir sicher. Ja. Schmier. Das muss ja Fäden draussen, sonst muss ja geschmiert werden. Ja, das Öl haben wir ja. Das ist ein Dauerfett. Sicher, wenn du schon offen bist, dann putzt du es. Ja, du putzt ja nicht. Das ist ein Dauer-Vaseline. Das ist ein Dauer-Vaseline. Dauerfetten, ja. Schau. 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 Jetzt haben wir die alte Bestandteile selbst gehalten. Wir brauchen noch Gehäuse, die können wir alles weg haben, oder? Nein, weg haben wir weg. Schaucht, wenn wir es nicht haben. Was ist noch mal mit dem Schauch? Nein, die Kisten hier. Wir brauchen noch mal ein Schauchel. Nein, die Schauchel haben wir nicht. Okay. Jetzt bringst du die Kisten rein, dann haben wir es lieber Zucker. Das D.I. Die brauche ich schon. Ich glaube, dass die Erde nur in Kontakt gelegt hat. Wenn sie voll greint, teilweise. Noch ein bisschen lauer. Das geht einmal. Das muss man sowieso wegmachen. Das kannst du alles einzeln kaufen. Jedes Stück, jede Schrauben. Das, das, das. Alles, was da passt. Bei der einen runtergelegt ist das hinten. Das ist ein hohertes Plastik. Nein, der Betrieb geht eh. Das geht nicht ganz gut. Na, also geht der noch runter zu tauschen. Wir wollen das in eine Schaubleine gehen. Mit einem heißen Bramlein. Jetzt geht er. Muss jetzt aufhalten. Da rein. Weil der es nicht reinkommt. Der muss nicht reinkommen. Boah, der fährt so groß. Der kostet eine Schaubleine rein. Woher kommt das? Da muss ich nicht reinkommen. Der kostet eine Schaubleine rein. Der kostet eine Schaubleine rein. Woher? Der kostet eine Schaubleine rein. Was? Ich kann mich auch aufpassen. So, dann kommt der Hinick rein und dann kommt der Hinick rein.